Wie? Warum latschen eigentlich noch? Die Musik ist auch sehr entspannend, ne? Die schafft einen sehr... Oh! Seelenbond! Alter... Was war das? Was ist das denn hier? Was ist das jetzt? Das ist ekelhaft. Lass das. Muss ich da rüber? Ich weiß das nicht. Verdammt. Scheiß. Oh, ein Deckenzäpfchen. Das fühle ich mir gleich in den After ein. In den After Eight. Hahaha. Wollte ich gar nicht. Da sind wir doch ein bisschen viele. Was willst du von mir? Hä? Aufs Maul, du Arsch. Töte 15 gegen mit einem beliebenden Nahkampfangriff. Joah. Ist doch super. Jetzt wieder etwas. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Das ist nicht zum lachen. Was mit dem... Achso, das ist ein... Dings. Gut. Ich bin echt im Keller. Ich speichere. Ich hasse Keller. Ich hasse große Löcher in den Wänden. Man weiß nicht, was da rauskommt. Und die sind ja auch überall. Solange es... Solange es nur ihr seid und keine... Alter, was? Geht mit dir nicht. Du Arsch. Dumm. Wichser. Alter, ich muss weg. Oh. Der geht immer auf den Sack. Der geht immer auf den Sack. Oh. Ich muss weg hier. Hilfe! the sz Moo temull herzlich willkommen bei bei dass Länder ja wie stolz je hier glaubt in den Wald herum müssen Panel Papiere sammeln und müssen sie nicht kriegen Ja, und wir dürfen uns nicht kriegen lassen. Das ist Let's Play Slender gerade. Oh ne Hütte, schön. Hört mich irgendjemand? Nein! Such eine Transformator Station und folge den Versorgungstunneln in die Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, mich zu beschaden zu erreichen. Als ich 10 war, kam meine Mutter auf mich zu. Wir kamen uns näher. Ich kenne die Gegend, die war gelitten. Diese Leute, die Überlebenden, waren auch von ihr angetan. Ich glaube, gleich muss ich wieder... Ich glaube, ich muss sie gleich richtig schön fighten. Ich glaube, ich muss sie gleich ganz schön fighten. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich mich machen muss, ne? Ich weiß das gar nicht. Ach so, wegen dem Arsch. Ach so. Wegen dem Arsch, ja. Hier ist mir alles klar. Das kann auch nicht nur der Arsch gewesen sein. Das kann auch nicht nur der Arsch gewesen sein. Ich bin jetzt mal Seelenband. Ich bin jetzt mal Seelenband. Seelenband! Das kann auch nicht nur der Arsch gewesen sein. Komm doch! Da! Bei euch gehts auch zu gut, ne? Komm noch! Scheiße Die muss ich oben erwischen, Alter Auf jeden Fall Komm mal raus da jetzt Mann Du, der Wichser, ey Das war keine Muni mehr Komm noch Komm hoch da Der Schmarr weg Der Schmarr weg Auf jeden Fall Ich muss hier rein Ich muss hier mal hoch Da gibt es hier was schickes Snipermonie Ah komm man Wir kriegen so'n Wichser Alter Muss die anderen erstmal wegbratzen Komm noch Oh Alter Das geht Ich muss das mal Toll wenig Munition Natürlich Was soll ich mal G Komm! hab ich ihn erwischt? glaub schon alter das geht ok ja merk ich auch gerade wo seid denn ihr jetzt? warte ok ich hoffe, dass ich unten noch Muni bekomme, weil ich hab hier sehr wenig ähm hallo? Seeliband hier hab ich nur 8 Schuss das ist wenig ja, hier mach ich Let's Plays immer ist normal, dass ich 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 ist normal, dass ich 16 Monitore am einen Rechner habe das ist ganz normal und so so viel Gerät an einer Steckdose alter alter dass die Steckdose nicht überlastet jetzt krieg ich auch nicht Muni jetzt krieg ich Muni, Leute jetzt krieg ich Muni, Alter Oh, Ball, Fußball, hey Fußball spielen, hey Fußball spielen, juhu Fußball, Fußball, ja Fußball, wie bei Penkeller, Fußball, 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 wo ist der Ball hin? Wo ist der Ball? Ist der da unter? Ach da, Bam Fußball Fußball Nein Ich soll ja keinen Blödsinn machen ich soll ja einfach Muni sammeln auf dem Spielplatz auf dem Spielplatz Munition sammeln das ist sehr schön das macht man heutzutage immer so und kann auch wir wechseln jetzt Nein so, bleiben gut